Servus liebe Harmonika-Freunde, heute möchte ich euch unser Voltpoor Premium-Modell in massiver Wänge vorstellen. Diese Harmonika hat 46 Diskant-Tasten, 17 Bass-Tasten und ist aus massiven Wängenholz gefertigt. Die Bestäge sowie die Ecken sind aus massiver Nussholz gefertigt, die Knöpfe, die Trichter aus ebenem Holz. Die Harmonika hat einen roten Dirndl-Stoff-Balk sowie einen Ledereinsatz und ein eingearbeitetes Bassbodenleder und unsere Luxus-Riemen, die edelschwarz geprägt sind. Nun möchte ich euch ein Hörbeispiel zum Besten geben, damit ihr auch seht, wie gut die Harmonika klingt. Die Harmonika-Freunde Die Harmonika-Freunde